Ja, hier ist ein trauriges Erlebnis, da hier liegt ein Typ auch. Irgendwie wird mir das hier angezeigt zu machen. Moment. Vielleicht, na guck mal, du warst da hier hinten anscheinend schon, oder dein Bruder oder so. Wenn du die Starter oben schon hattest, dann hast du vielleicht auch das Ende da schon, aber ich nicht. So, heute gibt's Highschool-Abschluss. Kriegst du doch eh nicht. In Form von Kugeln. Lasterkugel fliegen. Ne, das ist hier unter mir. Genau wo ich bin, unter mir. Ich weiß ja nicht, wo du geguckt hast. Du hast am Baum geguckt. Nein, das ist keins. Äh, naja, pass auf, links von uns auf der Karte ist Kanadulation. Äh, da kommen wir aber jetzt noch nicht hin. Alter, ich seh so schwul aus, alter. Das ist immer schwul aus. So würde ich nicht mal, keine Ahnung, zum Geschlechtertausch, äh, zur Schule gehen. Los, komm raus, steig ein und dann fahren wir den Ring abholen. Den Ring? Mensch, komm einfach raus. Ich soll mich einfach zerturieren, wenn ich erstmal noch einmal. Hey, warte mal, guck mal, hier kann man reinfahren. Ich bin jetzt unter der Erde. Dein Gebrauch. Ich bin jetzt in der U-Bahn. Oh. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, so können wir auf jeden Fall noch... ...nix von. Hopp, ja. Äh, was ist denn trauriges Ende? Auto hängt hier fest. Doch, wir sind ja schon mal durchgefahren. Ganz am Anfang, das weiß ich noch. Okay, aber irgendwie... ...krieg ich das Ende, äh, das Ende seit... Aua, das wird überfahren, ich wollte nur einsteigen. Ja, ja, Bremsen sind kaputt. Ich bin drin. Weil, hier, ähm... ...vleicht hier hoch oder so? Ja, hier, hier hinten. Also, ich kann hier gerade auch was untersuchen. Dann trauriges Ende. Ja, gut. Und ich, äh, hole die Frank-Statur. Franky, danke. So, der Franky. Oh, hier gibt's. Ach, schade, jetzt hab ich meine Go-Go-Stiefel wieder weg. Warum? Weil hier was... Alter. Entweder ich seh von Mal zu Mal immer schwuler aus, oder... ...keine Ahnung. Warum? Ich hab Angst. Ja, anzufragen. Ja, jetzt kommt die Western-Tussi. Ne, die... ...die Ketschen-Tussi. Die dich zerdrückt. Also, jetzt seh ich doch richtig... ...pervers. Schwul, eklig, hässlich. Ähm, hier hinten... ...ist irgendwo noch ein trauriges Ende. Gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Hier, rechts von uns. Ja, hier in der Ecke. I have it. Machen wir Licht. Es löst nix den Kopf in... Ne, es löst nix den Kopf in einen Eimer zu stecken. Ich liebe die Gettlinger, ich hätte gern unendlich Schuss, ey, ohne Scheiß. So, okay. Dann... ...lassen Sie mal zum Ring... ...laufen. Oder Licht im Auto. Ja, hier ist ein Auto, komm raus. Komm raus, mit, komm mit oder bleibt da, mir ja. Komm, lass mal, komm mal, komm mal. Komm mal. Ah, oh, mal. Los. Angefahren, Anzeige. Schnell, der Schlese macht in zwei Stunden zu. Ich will noch was kaufen. Und das war ja ne geile kurze Fahrt. Komm ich hier irgendwie hoch? Wow, 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 wow. Pff. Ah, siehst du jetzt, das Ding offen hier. Ich weiß schon, das ist, oh, das sind Baditen. Irgendwo. Ey, die hat... Ey, du kannst mir nicht erzählen, dass sie so viel aushalten. Ich rasiere die mit den Dingern voll weg. Da ist ein Wort, da. Hammer-Axt-Geist. Der große Axt, das ist noch. Sushi. Oh, sie gerade, ich habe gerade richtig viele kombinierte Waffen. Mero, Wichser, da, pochte Fresse und links. Dauer, du bist perfekt im Messer. Na, dann geh weg. Geh du noch weg. Da sind zwei, schnapp dir den anderen. Der will mir gerade nicht an die Eier lutschen. Hab dir voll eine Metgegegen. So. Fein, was, man... Was könnte man eigentlich aus einer Heißklebepistole machen? Vielleicht kann man Dödo und, äh, Laubbläser zusammen... Ja, so, was so, wie Laubbläser vorne klein machen, Dödo rein und wenn du drückst, dann schießt der raus. Ach, herrlich. Ich bin mal gespannt, wenn sie, ob sie Dead Rising 4 machen. Was darf ja alles für Baupläne reinkommen. Äh, okay, äh, haben wir ein Auto, ja. Hier steht eins. Jetzt du fahren, oder was? Nee, ich fahre. Wo ist bloß? Na, hier im Auto, dem wir herkommen. Nee, oh. Und... Ding, ding, ding. Ah, nee, da kommen wir nicht durch. Ja, toll, hier auch nicht. Hoffentlich schaffen wir's. Yeah! Geil. Herrlich. Ah, nicht runter. Weil hier oben ist noch, äh, eine Fränkistatue, glaube ich, hab ich gesehen. Ja, hier ist noch einer, siehst du? Guck mal, ich hab keine gekriegt. Na, dann hattest du die schon. Habe ich noch Platz? Na, nimm doch mal das Katana-Schwert. War mal ganz kurz. So, ich hab jetzt auch ein Zombie-Rechen. Ja, genau so. Ja, genau so. So, in Mitte hab ich jetzt voll. Also, ich hab wieder fast nur, nur Kombi-Waffe. So, Leben hab ich jetzt auch voll. Na, dann wirst du gleich sehen, wie, äh, oder nachher sehen, wie lange, wie viel das aushält. Ich hab mich ewig nicht mehr geheilt. Yeah, Geronimo. Geronimo, weg da, aber bis euch. Der Eismann ist unterwegs. Es gibt Menschenfleisch. Äh, los. Los, kommen Sie noch mal zur Tussi. Ah, mein Popo juckt. Ja, weil ich schon seit zweieinhalb Stunden, so wie wir lange aufnehmen, sitze ich schon wieder auf meinen Arsch, also ein Schwitz mit der Wund, obwohl Winter draußen ist bald. Wirklichkeit hat er noch Dünnpfeff und kackt die Scheiße an seinen Arschbacken durcheinander. Äh, ich hab alles. Jetzt lass mich zu Ende. Ich bin mal gespannt, was es hier drin für, äh, Dings gibt, Baupläne. Oh, wow. Okay, ich mach die Tür auf. Ja, komm, mal auf. Lass mich hier rein! Der hieß ab. Baupläne so. Hier hinten gibt's so einen, da gibt's drei sogar noch. Und ich krieg's vier insgesamt. Einen hab ich hier oben. Hast du schon einen? Fahrzeugplan. Schrottbike. Ja, jetzt kriegst du. Alter, zu zweit. Hast du gesehen für zwei Leute? Wiederschrottauto? Na, hier, du musst zu mir kommen. Warte auf anderen Spieler. Warte, hast du ja eine Bauplanierung schon? Bauplan da oben ist ja nicht hier drin. Nee, nee, sorry. Sah so aus, es wäre hier oben. Weil hier komm ich hin jetzt. Oh, Mensch, bist du jetzt rausgesprungen? Nee, ich bin hier drüben. Ja, toll. Komm, ja. Nee, ich komm mir nicht hier raus. Nee, da musst du rumlaufen. Komm mir nicht mal raus. Ach, du ist ein Held. Komm mir nicht mal raus. Klar musst du doch nicht. Komm mir nicht raus. Klar, es gibt doch keine... Hier, 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 hier. Da, so. Ich sag doch. Ja, es gibt hier kein Areal, wo du nicht mehr rauskommst. So. Sequenz. Jetzt kommt der Schwule. Geil. Da hast du grad seinen Schritt gesehen. Oh, hier. Spreit zu Beine. Bist du Freund oder Feind? Hey, halt, halt, halt. Ich kenne den Kel. Schade, dass die nicht auf dein Aussehen reagieren. Wie siehst du überhaupt aus? Warum läuft es um wie eine Nutte? Oh, ich verstehe. Du willst mich dem Kerl ausliefern, der mich sucht. Oh, dazu hat er keine Chance. Das wird nicht passieren. Mit Ratten machen wir kurzen Prozess. Moment. Er ist okay. Ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Woher wissen wir... Wir haben ein Flugzeug. Wir reparieren es. Und brauchen Benzin. Red, das wäre die Chance. Halt, halt, halt. Lass es mich beweisen. Nick, das ist Red. Erfüllt den Widerstand an der Seite. Ich bin Realist, Nick. Apropos. Könnt ihr mir beim Suchen helfen? Vielleicht kommen wir gemeinsam hier... War bestimmt Zomberex, wa? Ja, ich kenne Leute, die Benzin haben. Oder Steroide. Die Regierung macht alle Überlebenden kalt, die sie finden. Sie retten sie nicht. Wenn du also ein paar Dinge für uns erledigen könntest... Geh, Ausrüstung verbrennen. Funkgeräte kurz schließen. Kameras ausschalten. Tust du's? Dann haben wir einen Deal. Würden sie echt so weit gehen? Vielleicht musst du auch Realist werden, Nick. Da liegt der Bauplan. Du hättest auch keine Wahl. Die blauen Baupläne sind doch mal Autofahrzeuge oder so. Oder? Nicht unbedingt. Ey, ich konnte... Ich werde das auch... Da ist er! Bumkanone... Alter, was ist denn? Das ist mit Laufzuläser... Das ist doch noch eine, oder? Oder nicht? Das ist ja nicht... Ja, unter mir oder über mir, wo ich stehe. Wie mir mal... Ja, wie mir jetzt mal markiert. Der müsste genau... Ich glaub... Nee, hier runter, hier runter. Äh, genau hier irgendwo sein jetzt. Ja, ich hab'n. Auch Fernzünder, okay. Fernzünder. Äh, sonst gibt's da hier nichts. Muss man dazu haben, das glaub ich. Äh, nicht mehr schönes rum. Ich hab'n Magazin, äh, gefunden. Äh, ich hab'n Fernzünder gerade... Gebaut. Ach, hier guck mal, siehst du, äh, wir haben wieder ein paar... Ganz viele Magazine. Ähm, geschickt dahinter erhöht die Menge an PP. Cool. Aber man kann halt nur eins, äh... Dings aktivieren. Ja, äh, erhöht den Schaden mit Angriff mit den bloßen Händen. Das können wir machen, wenn wir das mit den PP machen müssen, mit den, äh... Der Fernzünder ist gut. Der ballert. Okay, hier gibt's hier ne Batterie. Ach, scheiß ruhig, so wird's nicht. Ey, wo geht's denn hier raus? Hm, kann auch noch. Nee, unten nicht. Ich glaub hier oben, irgendwo. Hm, 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 hm. Ach. Aber wir müssen nämlich jetzt Kameras hacken. Und was war's noch? Computer zerstören oder so? Was ist das für'n Ding? Hier grad war. Vor allem die alte geht ja durch die alten... Gehen wir da jetzt hier wieder raus eigentlich? Ja, ich bin schon draußen. Ja, wie bist du da rausgekommen? Ja, so wie wir reingekommen sind. Na, und wie sind wir hier reingekommen? Ja, das hättest du dir früher überlegen, bevor du fragst. Ach, da. Aber ich kann hier draußen Schrottbeck machen. Ey, Laura. Steht gleich bereit. Das ist gleich bereit. Das sieht ja geil aus. Geil, Alter. Warte mal, ich will mal schauen. Warte mal. Ah, scheiße. Äh, was ist denn jetzt? Ich hab recht dick gedrückt. Scheiße. Oh, Mann. Ja, ich hab vergessen. Also, was ist das denn hier für'n Ding? Was denn, wo denn? Alter. Pass mal, komm mal auf den Zombie jetzt hier. Ach so, ja, die kenne ich. Die hab ich auch schon benutzt. Das ist noch am nächsten dran. Äh, hier oben. Ach, da kommen wir zu zweit fahren und einer kann an einem Minigang sitzen, mal im Schrottbeck. Ja, ja, ich hab auch recht dick gedrückt, denn es explodiert. Du bist einfach, Mann. Ey, nee, unfähig, Alter. Und das Klatsch ist dreimal. Was? Nur auf dem Boden. Deine Sicht an deine Mutter. Deine Hand von deinem Gesicht. Und ich und meine Hand an deine Muttis Brust. Hier, du bist verweist. Nee, ich seh' nicht ein. Oh, was ist das für'n hässliches Geräusch? Hier ist irgendwas. Die ruft dich doch erst da. Hier ist eine Kamera. Ist sie kaputt, Alter. Ja, warte. Ey, die Baupläne, ne? So. Partyhandschuhe. Partyhandschuhe geil. Immer gekräftet werden die Dinger. Sag mal, ist das real real neu offen? Was? Weiß ich nicht. Aber ganz gut. Ich komm mal vorher, glaub ich, gar nicht rein. Komm mal. Alter, what the fuck, ey. Oh mein Gott. Das ist fucking crazy. Äh, kommen wir hier oben irgendwie rein, ne? Äh, über mir ist ne Frank-Statue. Guck dir's an. Bats, bats, bats. Ja, hier ist er. Noch 19 Stück. Und hier hinten ist noch der eine. Na, da komm ich grad. Nicht ran. Was? Na, hier ist noch ne Dings. Vorne ist irgendwas. 145 Meter. Oh, runtergeklatscht bin ich hier. Ne, ich hab sie, ich hab sie da ist er. What? Die Frank-Statue. Wie viel hast du denn jetzt so? Was? Starts? Jetzt habe ich 53. Okay, ich hab auch 52. Hast du mal noch eine mehr? Jetzt habe ich einfach auf die Schnauze gefallen. Der ist einfach umgekippt, so voll stumpf. Aber so, pfff. Es gibt's, ähm. Ja, wo muss er, äh, Kamera sein? So. So.